BAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAP. Jetzt geht's. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Conan Exiles. Ja, wenn ihr meinen Kanal, unseren Kanal unterstützen wollt und mich, lasst einen LikeNEY und einen Kommentar. Ja, es darf mich sehr freuen und natürlich auch. Soviel zur Werbung. Gut, ich hau jetzt da schnell die Bordel rein. Genau. Kompost kannst du für Züchtung von Pflanzen hernehmen. Du gibst Kompost in den Pflanzwagen Knochenmehl und verdorbenes Fleisch. In den Kompost erlegst. Knochenmehl. 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 Irgendwo verdorbenes Fleisch. Ich glaube ich habe extra Kisten gemacht bei sowas. Ich glaube ich habe extra Kisten gemacht bei sowas. Wo ist die? Ja, schau. Pflanzenfasern. Und ein bisschen weg. Ich glaube da ist noch welche drin, oder? Ja, schau. Zack, zack. Zack. Weiter zurück. So, jetzt sehen kannst du Pflanzen. Material ist schneller und effektiver Sammersteller. Ein Handwerkermenü. Der Werkbank eines Schmiedes. Eine Sichle. Ja, eigentlich warte ich gerade bis der Sattel fertig ist für das Pferd. Da ja unser Pferd letztes Mal heroisch gestorben ist. So wie ungefähr 20 andere Tiere. Aber das war klar. Ich meine, das war alles jetzt Level 1. Die Tiere, die waren ja nicht gelevelt. Um die Mächtigen tut es mir echt leid. Sagt sie ja auch. Dass das echt schade ist, um den Säbelzahn tatsächlich. Aber den kriegen wir schon wieder. Müssen wir mal in den Norden gehen und ein paar Säbelzahn, wie sie farmen. Und so Pferd, hier hast du deinen Sattel. Ah ja. Ich will das jetzt mit hinaus probieren. Ah, schaut prunkvoll aus. So, wir bauen das voll. Nachdem ich mich noch angeregt, haben wir die Base umbauen. Die Mott habe ich mir jetzt noch nicht gehört, aber die hole ich mir mit den Kanonen. Ich möchte es unbedingt zeigen. Da habe ich keinen Hammer dabei, gell? Nein. Keinen Hammer. Da habe ich keinen Hammer drin. Wenn ich es nicht mehr brauche, schmeiße ich die überweger werde. Ich stelle hier aus Versehen irgendwie mit her. Jetzt habe ich anschein gekommen. Hm. 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 Nö. Da habe ich einen ganzen Schnack noch drin da. Hm. Hammer. Hammer, Hammer, Hammer. Gehen wir schnell anher. Kann das nicht deckt sein. Hammer. Holt es uns zu hören. Nein. Da kann sie es nicht schütteln. Geht doch ganz leicht. Ja, halt angeregt haben wir die Base umbauen. Und wir werden es auch dann ein bisschen umbauen. Ein bisschen umstrukturieren. Und wenn wir das haben, haben wir uns die Burge Nummer 6 heran. Und so ist der Plan. Einmal. Das kannst du da rüber. Die brauche ich definitiv nicht. Jetzt haben wir komplett was gebraucht. Genau. Ich habe wieder einen Kuscher, was ich brauche zum bauen. Diese jetzt mal wieder. Schwarzeis. Nein. Schwarzeis. Wir brauchen. Schwarzes Eis. Und isoliertes Holz. Isoliertes Holz haben wir da. Du stellst es noch her. Genau. Das kriegen wir ja. Ach, der hat beim Schmied geformtes Holz mitnehmen. Da sind wir vorne. Das Pferd beladen. Nein, nein, nein. Nicht aufstehen. Ohne Sattel kann man halt einfach eh drucken. Man kann jetzt eventuell. Mit Sattel steigt er auf. So. Wir sind mal da rein. Die Schlüssel können wir weg halt da. Die brauchen wir jetzt definitiv nicht. Ich habe es jetzt mal selber gesehen. Ich habe mehr Schlüssel als ich in der Käfig bin. Zum Allerheiligsten haben wir auch ein paar Schlüssel mittlerweile. Einen Dietrich habe ich noch. Das Zeug hätten wir schon alles beieinander was wir brauchen. Dann möchte ich noch einen Bogen und einen Naukampf vorführen mitnehmen. Massaker. Kurschwert. Rechte Klinge. Die nehmen wir mit die Löwenmaxt für den Naukämpfer und Bogen. Nehmen wir den mit. Genau, für den Bogenkämpfer. Ja. So ist doch, weil ich aufgesessen bin. Ja. Wache halt. So ist doch da geworden. Ei, ei, ei. Nein. Bord sei es. Nein, jetzt möchte ich noch mal die Rüstungen für die Burschen. Äh. Nein. falsche Abteilung. Und das, 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 und das. Das heißt Pferd, weil es nicht Pferd. Zack. Dann, was wir da noch reinkriegen. So. Wird noch ein bisschen Schwarz-Eis einpacken. War das da drin? Nein, da war es drin. Jetzt. Da kann man vielleicht noch was austauschen. Die Rüstung wieder zuck und das Schwarz-Eis rein. Schwarz-Eis. Gib mir mal das. Nehmen wir mal das. Nehmen wir mal das. Ja, geht. Aha. Hier. Gut. Äh. Ah, jetzt bin ich schon da oben. An der Handwerksmenü. Eine Schmiz. Eine Sichel hier. Ah, jetzt läuft es mir wieder an. Gut, dass mir gar nichts dafür bin. Ich selber schuld. Bin ja blöd. Was ist denn da drin? Ja, jetzt. Hier hat er die Sichel. Die drüben haben zwar eine, aber hä? Ich habe sie eh nicht dabei. Die Pfiffe habe ich noch drin. Ja. Essen wäre vielleicht nicht schlecht für die Kinder. Essen. Auffüllen. War da nur irgendwo Schleimsuppen? Ich habe keine Schleimsuppen mehr. 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 Na gut, helft jetzt nicht. In dem Fall bevor die nächste Birch geben muss man die Jungs und Mädels Schleimsuppen mal ein paar lösen. Wird spannender. Genauso halt eigentlich gerne nur. Leveln. Wow, wow, wow. Zum Reiten ist das da eigentlich nichts. Das kann tödlich enden. Der wird nämlich viel dröten. Oh ja, nein weißt du mal. Nein, nein. Einige Dinge für vier Baut. Einige Dinge für Pferdebaut. Der wird nicht stacheln. Nix passiert, alles ist okay. Alles ist gut. Warum kann ich jetzt auf dem Pferdenfotomodus nicht reinschalten? Das ist ja voll doof. Nein, wird schon gehen. Da steig ich mal rauf. So, wen haben wir denn da? Den Jäger. Du, wenn du meinst einmal Zeug plumpelt hast, dann nimmst du einmal das gute Zeug. Und die Bogenschützen haben. Besser an. Champion Rüstung. Du brauchst es dabei mit dem Kopf rein, vergiss das. Und wo du ganz dabei meine haben brauchst. Du brauchst es ja nicht. In derweilen. Warte mal, ich muss dem Pferd sagen, dass es da bleibt. Nein, wenn ich den schon wieder zeige, dann begann es mir schon wieder. Der zeige mir nur null. So. Sind wir denn da jetzt am Montag noch so einen Zwischendeck einbauen oder wie? Also. Aber die haben nicht da drüber geschossen. Also da habe ich jetzt kein Problem gesehen. Aber jetzt schauen wir es einmal an. Ich werde das da umgebaut im Mittelteil. Wenn wir da nicht die Einzeltüren haben. Vielleicht maximal zwei, weil die ersten ja da dran stehen müssen. Zweitens sollte auch noch stehen bleiben. Da hinten dann die Kämpfer. Die Bogenschützen. Die lassen wir ohne. Die Zinne, oder? Die krachseln doch da nicht drauf. Auch die Beine. Wenn ich die Zinne ganz weg tue. Oder laufen wir die Bogenschützen dann ab. Aber das geht uns ja bei der Zinne theoretisch auch. So die Entkernung wollen wir einstehen bei dem. Also für E-Vos habe ich bei denen nicht da. Ich meine, das sehe ich jetzt leider so nicht da. Glaub ich. Verhalten. Taktik. Ah, da nicht. Wo war das dann? Verfolgedistanz. Aktivitäten, da was. Verfolgungsdistanz. Habe ich ganz oben da. Angriffsdistanz ist sehr hoch. Aber die Verfolgedistanz. Verfolgungsdistanz. Müssen wir dann auf niedrig oder seiner nicht nachlaufen, oder? Ist das richtig? Da warte ich noch mal, was gesagt wird. Aber ich glaube schon. Aber ich glaube, so habe ich sie eingestellt. Also bei den Nahkämpfern habe ich das glaube ich auch so eingestellt. Dass die generell nah da bleiben und gar nicht mehr im Endeffekt da weggehen. Aber die werden da trotzdem wohl irgendwo hinlaufen. Ist der schon reingenugt? Ja. Aber der hat auch bestimmt noch einmal halt. Die haben ja schon einen Haufen Lebenspunkte da. Die müssen wir auf jeden Fall noch pushen. Da sind die Purschen. Da sind die Purschen. Die leben alle noch. So, jetzt zu dir mein junger Mann. Junge Freund. Du kriegst auf jeden Fall schon mal eine Hacke. Aber ein Scheiß. Schmeißen wir mal weg da. Das Blum. Raus. Eine ordentliche Rüstung. So. Jetzt können wir mal wegschmeißen da. Den Heim dann mal wieder ins Lager. Beziehungsweise zerlegen wir. Du kannst im Endeffekt gleich mal raus und stehen bleiben. Deine Pursch. Ich muss eigentlich alle erst hochleveln. Bevor wir den nächste Pursch machen. Also eigentlich muss ich alle hochleveln. Da war ja ein Trend da. Ja. Die Beschwörung war eigentlich super. Dafür da einen Haufen Feinde drin. Da könnte ich mich eigentlich einmal durchmetzeln mit den Kollegen. Dazu brauchst du was zum Essen. Sonst brauch ich die nicht mitnehmen. Du bist der Level 20. Ja. 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 Die Kollegen sind der Aule Level 20. Die werden ja da stehen bleiben. So. Bogenschützen müssen wir Aule Level. Ja. Das ist einfach. Ich habe einfach zwingend Zeit. Also für mich persönlich zwingend Zeit. Momentan. Momentan ist bei mir Hochkonjunktur. Ich habe noch ganz viele Baustellen, die ich noch fertig bekommen muss. Und meine Firmen, die bei mir für mich arbeiten. Die jammern eh schon. Die möchten alle in die Winterpause. Aber es ist eh doch im Moment einfach nicht. Dann müssen wir fertig werden. Ähm. Da geht einmal ein Gruß raus an alle Arbeitskollegen von mir. Die da zuschauen. Grüß dich. Ja. So haben wir das auch. Ähm. Dann mache ich das ihm geschickt werden. Ich glaube wir prügeln uns heute einmal hier am Bau. Ich nehme den Aushörner mit. Und den da. Und den da. Und Juan Holman und das am Bogenschützen. Ja. Die da. Du bist aus der Welt. Du darfst halt folgen. So. Ja. Du bleibst da. Mhm. Mhm. Du stellst dich mal da am Sekt. Ich weiß nicht, dass irgendwelche Hyänen kommen oder was. Der Teufel, der da bleibt stehen. So. Es habt's was zum Essen. Ja. Aber du hast nichts zum Essen. Du hast schon was zum Essen. Dann gibst du jetzt einfach mal was ab. Du gibst jetzt einfach mal was ab. Jetzt habe ich aber für die. Fünfteile drin. Dann brauche ich leider eine Maske. Ich möchte nicht ein Maske-Kollege. Weil sonst bringt mich der andere Kollege um. Obwohl Friendly Fire aus ist. Aber es tut trotzdem weh. Ich weiß nicht warum. So. Gut. Nice one. Alben. Nice one. Mhm. Bogenschützer. Alben. Naugkämpfer. Alben. So. Die heilen sich jetzt erst einmal hoch. Weil durch die Buffs von mir könnte ich natürlich stärker. So. Nein. Jetzt gehen wir da mal durch. Das machen wir in der Folge. Ich werde. Ich muss einfach alle hochleveln. Kann es sein, dass wir einfach mal vor zwei Folgen nur leveln mit den Kollegen. können. Das ist das zweite Nasone. Das hat aber schon wieder super funktioniert. Wo stehst du denn da rum? Ich habe gesagt mitgehen. Nein, nein. Nasone. Nein. Aber die Spikes haben sich auch gut bewährt. Da haben auch einige draufgegangen. Hä? Ich werde bloß noch drei mitnehmen. Seid das Nasone doppelt. Okay. Hm. Ich werde jetzt mal eben noch vier mitnehmen können. Ich habe dir so umgestellt. Keinen neuen Motorwagen. Aber naja. Ich kann es einfach ein bisschen seltsam manchmal. Da dürfen wir sich nicht wundern. Servus. Ich bin der neue Nachbar. Ich nehme nur Schätze mit. Und Schleimsuppe. Dann brauche ich es nicht kommen. Ich weiß, dass ich werde besser glaube ich, wenn sie selber kämpfen können. Na ja. Angriff. Hey! 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 Hm. Irgendwas stimmt doch da schon wieder nicht. Ich finde, dass die Zwinger greifen. Attack all enemies. Ich glaube, dass die Mods alle nicht mehr so richtig funktionieren teilweise. Wenn sie jetzt den einmal hauen, bitte. Die Nasone geht einfach so spatzeln. Ist jetzt aber aufgestiegen. Hat man gerade gesehen an den Lebensbalkensprung, was es gehabt hat. Der ganze Teil, wie das funktioniert. Na gut, den hast du jetzt schon umgekaut. Muss ich schon sagen. Ah, auch nichts dabei von Bedeutung. Für uns höchstpersönlich sind sie dann einfach gegeneinander mehr, gell? Aber hä? Egal. Bei uns geht es noch um die Erfahrungspunkte für unsere Begleiter. Ja, es hat euch Spaß gemacht. War deine letzte Freude, was gehabt hast du im Leben gehabt. Das fangen wir schon. Wissen ist das doof in den Ausland. Das greift gar nicht an, oder wie? Das musst du auch angreifen. Oder ist das ein Reiten-Ausland? Nein. Höhö, Höhö, Höhö. Höhö, Höhö, Höhö. Hohe, Höhö. Das hat doch in der Bedeutung auch angekündigt. mal schauen wir mal schauen wie wir da noch erwecken können muss ich jetzt ja fast umbringen so nahe kriege ich den nimmer das ist zwar blöd aber ist so es ist also ein kämpf nicht schade es ist also ein kämpf nicht schade Ich darf nicht laufen, hier kann ich es nicht geben, gell, das ist ja ein Quaterall, ja So dann, ich trage jetzt mal diesen Schatz heim und normalerweise werden wir ja noch angegriffen, schauen wir das noch an, ein paar Minuten haben wir ja noch Jetzt wenn wir wieder einen Heim tragen, bin ich da raus und dann überfallen worden, schauen wir bis das mal wieder so ist Aber warum greift das Nasein nicht an, ist das Nasein wirklich friedlich? Das war aber blöd, aber es hat durchgekämpft wie die Purge war, bin mir sicher Jetzt hat sich ja gewehrt, gegen die Angriffe Da sind sie Nicht dass es eine Herausforderung war, aber Erfahrungspunkte nehmen wir mit Das Jogding haben wir schon, das bringt uns glaube ich nichts sonst Machen wir wieder ein bisschen Schleimsuppe Das Nasein ist tatsächlich wieder da geschaut, hat die ganze Ecke nachgeschaut, hat aber nichts gemacht Da greife ich das erst an Sattel, aber dann zählt sie erst recht auf das Pferd, oder? Aber ich kann mit dem Nasein die Truppen wieder reiten bei der Purge Das wird ja ein bisschen weiter weg, wenn das erste Tod ist umgelaufen, ist nichts geworden Mh 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 Äh, das war jetzt einmal da Was ist das hier? Das wird jetzt ja, wird jetzt rausgezaubert, oder? Jetzt Mh 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 Ich kann echt bloß euren Nasein mit nehmen nehmen Aber ich könnte jetzt einen dritten Kennen von mir nehmen, das ist auch komisch oder? Ich hätte es noch sein als 2, weil es so groß ist. Gute Frage, nächste Frage. Ah ja. Servus beinand. Ja, den habe ich mir geholt, da ist er an der Wing gestanden. Äh, da ist gerade einer. Ah, wir haben dann schon Stufe 6 erreicht jetzt schon, ja? So ein Gebet von Jock ist das, ich dachte das wäre so eine Schutzrolle. Ah, so ein Papyrus für da einer, so ein Schatzgarten. Okay, wir haben aber auf jeden Fall schon Stufe 6 erreicht, das müssen wir nur noch umbauen. Und die Menschen, die ganzen Leute da leveln. Weil die Nahkämpfer, die sind dann alle raus. Da wird die Plattform entsteh wahrscheinlich. Genau. Den Tunnel werde ich da so lassen. Ich werde da bloß die Wazinen weg tun, dass die da gescheit rumschießen können. Genau. Die Decke da mal runter. Jetzt wissen wir, dass ich lieber auf einen Turmstirn plus Oberschuss, das macht man nicht. Ich möchte mitkämpfer, ich möchte irgendwie Getümmel sein. Ich bin ein Nahkämpfer und kein Fernkämpfer. So. Aber gut. Aber ich habe festgestellt, das ist eine Kundschaft der Kämpfer. Da steht bei denen noch so ein dabei. Da steht ein Kämpfer. Warum kämpfst du da nicht? Nichts verweigert er. Auf jeden Fall. Eher nicht so sinnvoll da. Also jetzt nicht für die Aufgabe. Was ich da herstellen. Wow. Aber jetzt nehmen wir mal die mit. Vielleicht bist du einzig. Nein, auch nicht da. Hm. Dann müssen wir mal was aufhören lassen. Gut, jetzt haben wir da drei. Suchen wir uns noch einen aus. Den Bogenschützen noch. So, jetzt zum Beispiel die gleich. Wo bist du? Der ist schon Level 2. Sehr gut, aber du hast jetzt wirklich gemacht. Aber du stehst hier hin. Ja. Du stehst hier hin. Dann hast du über 600 Liebenspunkte oder Schatz. Nicht, wenn du ein Level aufsteigst. Okay. Ich sage auf jeden Fall Danke für die Weisheit. Danke fürs Zuschauen. Like und Kommentar war wunderbar. Der Apo freut mich auch. Bis zum nächsten Mal. Servus. 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 Und okay. Servus.